Für nur 25 Millionen verkauf ich dir das krasseste Haus hier. Was denn für ein Haus? Kein Haus, eine Villa, gebaut auf einem riesigen Tal. Darum befindet sich eine riesen Pflanzenanlage. Okay, eine Riesenvilla also, sagst du? Ein fetter Ausfall. Kann ich das mal sehen? Ja, 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 wirst du gleich sehen. Es gibt verschiedene Swimmingpool-Bereiche. Okay, dann lass es mich einmal sehen, dann überweise ich es dir. Na, warte kurz. Das ist nur etwas für die besondersten Kunden. Ja, zeig doch einmal jetzt das Haus, dann, wenn das geil ist, kaufe ich. Du willst uns erkennen, dann bin ich in einem riesigen Verzauberungsbereich. Du willst dich sehen? Ja. Okay, ich seh dich förmlich da drin. Weißt du, warum ich dich förmlich in dem Haus seh? Weil du schon da bist! Du willst 25 Millionen für die Bruchbude hier? Bruchbude? Das hier nimmst du Bruchbude!